Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Investments in Panama. Ich bin Klaus Happ und in unserer heutigen Folge würde ich Ihnen gerne das Steuersystem von Panama vorstellen, welche Steuersätze es in Panama für die verschiedenen Einkommensarten gibt und welchen Unterschied es zum Steuersystem in Deutschland gibt. Viel Spaß bei unserem Podcast, Ihr Klaus Happ. In Deutschland bekommt man über die Medien manchmal den Eindruck vermittelt, dass man in Panama gar keine Steuern zahlen müsse. Das ist total falsch, denn Panama hat ein progressives Steuersystem, in dem die Steuersätze und Regeln klar definiert sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Steuern in Panama für Investoren, Unternehmer und auch Bürger im Vergleich zu Deutschland niedriger sind und definitiv auch einfacher zu verstehen sind. Ein großer Unterschied zu Deutschland ist auch, dass Panama ein Territorialsteuersystem besitzt. Das besagt, dass nur die Einkommen in Panama zu versteuern sind, die auch in Panama entstanden sind. Das heißt, wenn Sie in Panama sesshaft sind oder Ihre Firma, haben Sie nur die Einkommen in Panama zu versteuern, die auch auf dem Boden Panamas angefallen sind. Das heißt, wenn Sie in Panama leben und haben in einem anderen Land eine Firma und erzielen in einem anderen Land Einkünfte, transferieren diese Gelder dann nach Panama, wird Panama darauf keine Einkommensteuer oder Unternehmenssteuer berechnen. Aber natürlich sollten Sie diese Einnahmen und Einkünfte in dem Land versteuern, wo sie auch angefahren sind. In Deutschland ist es ein bisschen anders geregelt. Wenn Sie in Deutschland sesshaft sind und in Deutschland leben, werden Sie alle Einnahmen, die Sie irgendwo in der Welt erzielen, auch in Deutschland noch zusätzlich zu versteuern haben. Dann eine kleine Übersicht zu den Steuersätzen. In Panama können Sie auch nochmal nachlesen in der Beschreibung des Podcasts oder auf meiner Homepage. Grundsätzlich gibt es eine Unternehmenssteuer in Panama von 25 Prozent. Die ist flat. Das heißt, Unternehmenssteuer sind 25 Prozent. Die großen Firmen, also die Multinationals, die in Panama ihren Sitz haben, wie Nestle oder Roche oder Alidas und Dell, die haben eigene Steuersätze, die sie mit dem Staat verhandeln. Die Einkommenssteuer für die Privatperson ist progressiv. Zwischen 0 und 11.000 Dollar Jahreseinkommen zahlen Sie keine Jahreseinkommensteuer. Ab dem nächsten Dollar, also ab 11.000 bis 50.000 Dollar haben Sie einen Steuersatz von 15 Prozent. Und jeder Dollar, der über die 50.000 Dollar Jahreseinkommen hinausgeht, betrifft dann den Spitzensteuersatz in Panama. Der beträgt 25 Prozent. Von daher ein klassisches progressives Einkommenssteuersystem. Und ja, die Steuersätze sind definitiv niedriger als die in Deutschland. Es gibt eine Capital Gain Dex in Panama, also die Gewinnversteuerung auf Gewinne, die Sie erzielen. Die beträgt grundsätzlich 10 Prozent. Zinseinkommen in Panama sind steuerfrei. Ich rede von Zinsen, weil auf den Konten in Panama, auf den US-Dollar-Konten, werden noch Zinsen gezahlt. Die sind steuerfrei, weil es keine Zinssteuern in Panama gibt. Erbschaftssteuer gibt es in Panama auch nicht. Immobilieninvestoren sollten wissen, dass viele Immobilien in Panama von der Grundsteuer befreit sind. Redet man von modernen Apartments, also in der Skyline, dann haben die eine 20-jährige Steuerbefreiung ab Übergabe der Immobilie erhalten, dieses Steuergesetz. Diese Regelung galt bis zum 31.12.2011. Also alles, was davor fertiggestellt wurde in der modernen Stadt, wurde mit 20 Jahren befreit. Also läuft es noch bis ungefähr zum Jahre 2030. In der Altstadt, in der wunderschönen UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt Casco Viejo erhalten diejenige, die dort restaurieren, eine Befreiung auf die Grundsteuer von 20 Jahren. Und darüber hinaus wird man 10 Jahre keine Einkommensteuer zahlen auf die Mieteinnahmen. Und die ersten 5 Jahre wird man seine Immobilie auch ohne eine Gewinnsteuer verkaufen können. Ist sehr attraktiv. Warum macht Panama das in der Altstadt? Weil man einfach möchte, dass in der Altstadt, im Casco Viejo, die Gebäude aufgebaut werden, fertiggestellt werden. Aktuell sind ungefähr 50 Prozent der Immobilien restauriert oder befinden sich in der Restauration. Bezüglich Immobiliensteuern gibt es viele Ausnahmen. Sprechen Sie uns hier bei Interesse einfach gerne an. Letzter Punkt zum Thema Steuern. Es gibt eine Mehrwertsteuer in Panama, die liegt bei 7 Prozent. In einer aktuellen internationalen Studie zu den businessfreundlichsten Ländern auf der Welt, also wo es am einfachsten und effektivsten ist, ein Business aufzusetzen, hat Panama International den starken 11. Platz belegt. Ganz deutlich noch vor Deutschland. Die Informationen zu dieser Umfrage, zu den businessfreundlichsten Ländern, finden Sie auch in den Informationen zu unserem Podcast. Im Speziellen seit den Panama Papers, die im April 2016 aufgekommen sind, hat Panama den Ruf, als Steueroase zu gelten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Panama seit 2016 sehr viele Maßnahmen getroffen hat zum Thema Geldwäschebekämpfung und Transparenz. Ich weiß auch, wie schwierig es ist, aus eigener Erfahrung auch für Kunden, in Panama Konten zu eröffnen, weil die Nachfrage nach der Herkunft der Gelder, wir nennen das KYC, Know Your Client, sehr hoch angesehen ist in Panama und die Maßnahmen hier sehr strikt sind. Hierbei werden sehr detaillierte Fragen zum Thema Gelderkunft gestellt. Das heißt, woher kommt das Geld, das in Panama ankommt und wer ist eigentlich der ultimative Beneficial Owner? Das heißt, wer ist eigentlich der Begünstigte von dem Geld? Panama versucht hierbei alle Kriterien, alle internationalen Kriterien zum Thema Geldwäschebekämpfung, Geldtransparenz einzuhalten und ist dementsprechend aktuell auch auf keiner OECD-Liste, auf keiner Blacklist einer OECD. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein DBA, kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Panama. Wenn Sie also in Deutschland leben und Einkünfte in Panama haben, dann sollten Sie die Einkünfte in Panama versteuern und diese Steuererklärung der gezahlten Steuern in Panama bei ihrer Einkommensteuererklärung in Deutschland angeben. Deutschland berücksichtigt die in Panama gezahlten Steuern bei ihrer Steuererklärung in Deutschland und verrechnet diese mit den in Deutschland zu zahlenden Steuern. Das heißt, grundsätzlich bei Ihrer persönlichen Einkommenssteuer wird dann nichts doppelt versteuert, sondern die in Panama gezahlten Steuern werden angerechnet. Abschließend noch mal zu sagen, das ist mir ganz wichtig, ich bin kein Steuerberater und wir machen auch keine Steuerberatung. Mir ist einfach nur mal wichtig, eine Übersicht zu geben über die Steuersätze und das Steuersystem in Panama. Wenn Sie eine Steuerberatung benötigen und sich für Investments in Panama interessieren, kann ich Ihnen gerne gute Steuerberater sowohl hier in Deutschland empfehlen, die sich mit dem Steuersystem Panama und Deutschland auskennen und genauso gut kann ich Ihnen Buchhalter und Steuerberater auch in Panama empfehlen und Ihnen den Kontakt herstellen. Das war unsere Folge Steuern in Panama. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige interessante Informationen zum Steuersystem in Panama geben. Weitere Informationen finden Sie in den Beschreibungen zu diesem Podcast. Dort finden Sie auch die Homepage, auf der ich das Ganze noch mal zusammengefasst habe. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihr Klaus Happ Dies war eine weitere Episode unseres Podcasts Investments in Panama. Weitere Informationen zu dieser Episode und zu unserem Podcast finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie diesen weiterempfehlen und uns gerne auch eine gute Bewertung geben. Alles Gute und bis bald, Ihr Klaus Happ